Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial mit der Android Engine 5. Heute geht es um Sequenzen, Animationssequenzen, wie wir sie auch in unseren Levels einbinden können. Wie ihr seht, sind wir in einem Third-Person-Template, die, die mich kennen, wissen, dass das Gewohnheit wird, aber ich benutze den sehr gerne. Wir wollen eine Animation, eine Sequenz, ja. Dazu ziehen wir einen Cube im Place Actor, wenn ihr diesen Tab nicht seht, dann könnt ihr hier unter Place Actor einen Haken setzen. Und diesen Würfel wollen wir jetzt drehen lassen. Drehen um die Z-Achse, ja. Also wird er sich so um die Z-Achse drehen. Wie machen wir das? Wir gehen hier oben hin und hier steht Add Level Sequence, ja. Hier ist ein Zeichen, typisch für Film und Fernsehen. Also Animationen, Add Level Sequence und jetzt entscheiden wir uns mal, wo die ganzen Animationen gespeichert werden. Wir können uns einen neuen Folder erstellen unter Animationen, ja. Ist egal, welchen Namen. Und hier sagen wir mal, was die Animationen darstellen sollen, ist auch eigentlich euch überlassen. Würfel, drehen der Würfel, ja. Sehr kreativ, ja. Drehen der Würfel. So, dann auf Save. Und dann haben wir schon einen neuen Tab. Den Tab können wir hier unten ziehen, damit ihr nicht zu viel Platz beansprucht. Genau. Und das können wir auch mal schließen, damit wir auch hier mehr Platz haben. So. Das ist eine Timeline, ja. Das kennt ihr unter euch, wenn ihr mal mit Schnittprogrammen gearbeitet habt. After Effects oder, ja, Da Vinci. Dann wisst ihr, dass das, ja, ein Timeline ist, auf der ihr Animationen erstellen könnt oder Film, also, ja, bewegte Bilder. Und ich erkläre euch schon mal kurz, was das Ganze zu bedeuten hat. Hier, die ist in die Anzahl der Frames, wie lang die Animation ist. Hier der grüne Strich symbolisiert den Anfang, der rote das Ende. Die äußeren Zahlen hier, die schreiben nochmal in Frames, bei welchem Frame das Ganze anfängt und bei welchem Frame es endet. Ja, ihr könnt statt 210 auch hier jetzt 300 eintragen, ja. Da wird die Sequenz länger, ja. So, hier in der Mitte steht geschrieben, welchen Bereich ihr im Moment seht, ja. Ihr seht im Moment den Bereich zwischen 38 und 236. Den könnt ihr auch größer und kleiner machen, ja. Ist euch, ja, überlassen. So, wenn ihr alles sehen wollt, müsst ihr alles rausziehen und dann seht ihr schon hier, ja. So. Ähm, wir wollen ja diesen Würfel drehen. Wie machen wir das? Wir können, wir haben hier ein Track-Symbol, da klicken wir einmal drauf und suchen nach unserem Cube, ja. Dann haben wir den Cube quasi in den Tracker gezogen. Das können wir auch anders machen, klicken drauf, löschen das mal und nehmen das mal aus dem World Outliner, ja. Können das direkt per Drag & Drop hier reinziehen, ja. So, wenn wir auf Transform gehen, Transform sind ja Location, Rotation und Scale, ja. Rotation, Position und Größe. So, wir wollen einmal die Rotation ändern. Keyframes sind typisch, also wenn Keyframe gesetzt wird, wird eine Position definiert quasi. Und dann geht man zu einem anderen Frame, ja, gehen wir mal zum Frame 135 oder nehmen wir, ja, nehmen wir einen kürzeren, ja. Nehmen wir mal 90, ja. Und dann gehen wir zum Frame 90 und tun einen weiteren, aber vorher können wir hier den Wert ändern, ja. Hier dreht er sich, ja. Wir wollen, dass er einmal um die eigene Achse dreht, das heißt um 360 Grad, ja. Und dann haben wir schon eine Drehanimation. Wenn wir hier die Leertaste drücken, haben wir schon eine Drehanimation. Jetzt seht ihr, dass es nicht linear ist. Am Anfang nimmt er Fahrt auf und am Ende, ja, setzt er sich langsam, also verlangsamt er sich nicht abrupt, sondern über eine Kurve. Also, diese Kurve ist ein Verhalten bei der Animation, das können wir auch ändern, indem wir hier beide Keyframes markieren und hier draufklicken, ja. Dann haben wir ein Sequencer Curve, ja, das können wir uns mal anschauen. Sequencer Curves sind, ja, Animationen, die wir sehen können. Hier haben wir zum Beispiel unsere Z-Achse und die Rotation. So, hier haben wir einen Anstieg, wie eben gerade gesagt, also er dreht sich langsamer und wird immer schneller. Hier hat er einen konstanten Bereich und dann dreht er sich immer langsamer. Wir wollen aber, dass es konstant wird, nicht so über eine Kurve. Das heißt, wir können hier das Verhalten der Kurve einstellen, je nach Belieben, ja. Ihr könnt viele verschiedene Verhaltensweisen einbringen. Ich mache einen stetigen, also einen konstanten Verlauf. So, speichern und das können wir mal schließen. Jetzt hat der Cube eine konstante Drehung, ja, das seht ihr. So, das ist unsere Animation. Jetzt schauen wir uns mal an und gehen mal auf Play und schauen mal, ob die Animation läuft. Nein, die Animation läuft nicht. Hm, komisch. Warum nicht? Das schauen wir uns mal an. So. Wir haben hier eine drehende Würfel, eine Level Sequence. Und damit dieser Cube diese Animation ausführt, müssen wir diesen Level Sequence Actor auch in Level kopieren. Das hat er auch hier gemacht, ja. Das ist soweit gut. Aber wir müssen noch eine Einstellung vornehmen. Und zwar, wenn wir diesen Level Sequence anklicken und auf Details gehen, steht hier Auto Play. Genau, Auto Play, ja, auf Speichern und nochmal auf Play gehen und da spielt die Animation schon ab. Ja, es gibt verschiedene Einstellungen. Wir können zum Beispiel sagen, dass die Animation einmal durchgeführt wird oder im Loop, also für immer. Oder eine bestimmte Anzahl von Durchgängen, ja, sagen wir drei Durchgänge. Wir können hier die Geschwindigkeit einstellen, ja, statt einfach können wir das schneller ausführen, dreifach, ja. Pause at End, ja, und so weiter und so fort. Also in diesem Level Sequence Actor können wir viele Einstellungen vornehmen. Hier habt ihr eine Animation. Genau. So. So, so viel dazu. Also, wie erstellen wir einen Level Sequencer? Wir gehen hier rein, Add Level Sequence, speichern das ab. Wir ziehen diesen Actor in unseren Level Sequencer und dann animieren wir per Keyframes und im Anschluss ziehen wir diesen Level Sequence Editor in den Level rein, weil das ist ja getrennt von diesem Würfel. Die müssen wir auch mit reinziehen und können dann entsprechend auch Einstellungen hier vornehmen. So, das war es soweit mit den Grundlagen für den Level Sequence Actor, mit denen man viele Sachen einstellen kann, viele animieren kann. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis dahin, tschüss, schöne Abend noch.